Die Welt ist im Wandel, in Mitte Erde ist nichts mehr, wie es war. Jahrtausende sind verjangen, seitdem Frodo den Ring der Macht damals in Schicksalsberg hineingefötert hat. Und deshalb geht die Geschichte jetzt weiter. Jungs! Kreise, nicht schon wieder ein Unfall. Nicht, niemals. Du bleibst sitzen und passt auf meinen Drack auf. Du meinst Bunse. Heute eine Fresse, du Heslund. Ey, Meister, was ist denn los da vorne? Da haben sie schon wieder zwei Orks tot gefahren. Kommt man da nicht irgendwie vorbei? Dreckige Orks. Ich habe 20 Tonnen Lampasbrot hinten getroffen. Die müssen heute noch nach Kontor. 74 ist abdicht. Die haben sie aufgerübt. Du weißt doch, Strom verroren. Scheiße, Junge. Alter, was ist das da? Wer der? Golle. Ey, da ist geh, Schatz, Junge. Und nimm deine Drecksgriffe aus den Handschuhfach, du Klauschwein. Warte mal, ich muss erst mal nach den Idioten gucken. Junge, ich wumre durch eine. Du mal einfach halt, den Rand. Der Schatz. Ja, ja. Mache dir Augen zu, dann weißt du, was da hinten ist. Da müssen wir jetzt irgendwie vorbei. Das ist schon zehn nach sechs. Und morgen fangen auch in Lande Ferien an. Ach, gucke da. Rübe. Hey, Gollum. Ja. Weißt du eigentlich, wie der Herr der Ring richtig heißt? Nein. Olaf, Gaspricki. Ah, he, he, he. Ja, ha, 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 ha. Untertitelung des ZDF, 2020